Ich grüße euch, machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Es geht jetzt um diese Wahlanfechtungen. Wir müssten dann zunächst erst mal trennen, über was wir reden. Momentan brennt ja die Frage der Eurokrise und da würde ich sagen, wäre das Thema Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl 2009 und 2014. Dass es davor und danach auch noch Probleme gegeben hat, müssen wir erst mal in einen späteren Teilvertrag. Wir kümmern uns erst mal darum, ist denn die Herleitung des Lissabon-Vertrages überhaupt haltbar oder sind wir jetzt wieder in einem neuen Wahlbetrugs-Szenario oder Schwindel drin. Wir werden das jetzt gleich offenlegen und so weit erklären, dass jeder, der das Video jetzt sieht, begreift, was hier in diesem Land los ist und was hier nicht stimmt. Fangen wir mal an 2008. 2008 gab es eine Kandidatenaufstellung. Da war ich damals in einem neu gegründeten Bundesvorstand der BBC als Generalsekretär. Ich war Leiter des Regionalverbandes Sachsen und Leiter des Landesvorstandes Sachsen. Ich hatte eine klare Vorstellung, dass das, was wir an dieser Partei tun, der unbedingten Wahrheit ansprechen muss. Da habe ich mich natürlich gleich mit ein paar Leuten angelegt, die lieber einen guten Schein waren wollten. Also ich habe einfach nicht zugelassen, dass irgendwas in der Partei gelogen wird und da macht man sich ganz schnell Feinde. Das macht aber nichts. Das muss man halt ausstehen. Da muss man Stehvermögen haben. Und wenn sie die, wenn sie da illegale Sachen machen wollen, dann müssen sie sich mit mir anlegen. Ja, und da kam es dann dazu, dass es ein mehrerer Bundesvorstandssitzung gab und ich hatte damals mit dem Ule Steffes so die inhaltlichen Dinge des neuen Parteiprogramms ausgearbeitet. Und ich sage mal, drei Viertel der inhaltlichen Gedanken sind da von mir gekommen. Ule hat also hauptsächlich die Verwaltung gemacht und die Connections zu den anderen Gruppen gehalten. Und ich habe mich intensiv mit der Problematik Wahlkampf 2009 befasst und festgestellt auch, dass dieser damalige Aufbruch 09 oder 09 nicht zum Ziel führen kann. Weil Einziges, was da aufgebrochen wird, ist, waren die soliden Strukturen der Partei. Und dem kann ich also nicht nichts abgewinnen. Also wenn man Kompromisse mit der Wahrheit macht und eine Mini-CDU da irgendwie kreieren will, wo wir wissen, dass diese ganze Partei nicht mal ansatzweise christlich ist, da keiner in der Führung der CDU wirklich Christ ist, sondern sie alle nebenbei in irgendwelchen transatlantischen Bündnissen und Logen verankert sind, muss ich über christliche Inhalte in der CDU nicht mehr nachdenken. Ja, wir hätten ja eigentlich Erfolg haben können, wenn wir auch von den Gemeinden entsprechende Unterstützung gehabt hätten. Das war nicht so. Wir haben dann irgendwann hinterher erfahren, warum es so ist. Es gab da mal vor ein paar Jahren eine Vereinbarung zwischen der EKD, der evangelischen Landessynode, der katholischen Kirche und der Kohlslutsche von Deutschland. Und die hatten beschlossen, das war im Jahr 2000 bis 2004. Das waren also vier Jahre, als sie verhandelt haben. Und irgendwann haben sie den Beschluss gefällt, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen. Und wir haben dann als Vater zur Flugschauung gesagt, wir berufen jetzt mal die Leiterschaft ein, wir diskutieren das Thema aus und dann fällen wir einen Beschluss, wie wir uns da verhalten. Dann sind wir dann im Hausbibelkreis gewesen und haben das beraten und haben dann einstimmig festgelegt, also dass wir sowas nicht mittragen können. Und sind dann geschlossen aus der Landeskirche ausgetreten und auch aus der Mitarbeiterschaft und haben gesagt, also wenn wir was machen, dann machen wir das in einem eigenen christlichen Gemeindeverbund. Und wenn wir irgendwelche Taufen machen, dann machen wir das bei den freien Gemeinden, die eine öffentliche Taufpraxis und Lehre haben. Und wir lassen uns ja nicht von irgendwelchen Logen einmitteln. Und das ist die Meinung, die ich bis heute vertrete. Und wenn ich eine öffentliche Darstellung mache, von Schauer zu Flugschauung, dann hat das Hand und Fuß. Und da habe ich nicht irgendeinem Vertrag, im Wahlkopfvertrag im Rücken sitzen, dass ich irgendwas nicht sagen durfte. Das möchte ich bloß mal hier noch einfügen. So, und mit dieser Einstellung bin ich auch an meine Parteiarbeit rangegangen und habe das auch durchgesetzt, dass die Wahrheit gesprochen wird. Und eine unbequeme Wahrheit ist immer noch besser als eine bequeme Lüge. Das ist so. Und es hat sich auch langfristig immer wieder bewährt, dass wenn man an der Wahrheit drangeblieben ist und das auch verfolgt hat, dass es am Ende dann wirklich auch ein Segen wurde. Mit dieser Einstellung bin ich natürlich dann auch rangegangen, habe mich also auch aufstellen lassen in der Landesliste der Oberwahl. Und ja, dann hat man also meine Kandidatur nicht bewilligt. Im Land war ich also auch Listenplatz eins, wenn ich es noch weiß. Das haben wir alles protokolliert. Und ja, hatte also auch gute Chancen, dass wir also dort irgendwas reisen in Sachsen. Es kam meine dazu. Und zu dem Bundesparteitag, wo ich also dann hätte aufgestellt werden können, haben wir also behauptet, man hätte mich also aus der Partei ausgeschlossen. Ja, weil im Bundesvorstand gab es so ein paar Mitarbeiter, die mitarbeiten wollten. Ich wollte das dann zum Bundesparteitag der Sprache bringen. Wir müssen als Bundesvorstand handlungsfähig sein und da müssen auch alle mitarbeiten. Und wenn das bei ähnlichen Leuten ein Niederfall ist, weil sie ständig abwesend sind oder nichts fertig haben, dann müssen wir uns halt über eine Nachwahl unterhalten. Und das hatte ich eigentlich vor, dass wir dann auch Leute in den Bundesvorstand reinwählen, die auch wirklich mitarbeiten und da sind und in einer zumutbaren Zeit irgendwas fertig bekommen. So. Ist ganz einfach. So. Und da haben wir dann also eine Intrige gemacht und versucht damit zu mobben und hat dann im Landesvorstand so getan, als hätte man ein Schiedsgericht. Aber in Sachsen hatte in dieser Zeit kein Schiedsgericht. Die hätten also überhaupt niemanden aus der Badei ausschließen können. Und das war im Bundesvorstand auch bekannt. Also hat man als Vorstand Schiedsgericht gesessen und das ist halt verboten. Und wenn man eine Eingriff in Wahlen macht, ist das dann auch richtig strafbar. Da muss man nicht lange diskutieren. Ja, ich habe dann geklagt vor dem Landgericht in Krausruhe. Das Bundesschiedsgericht hat behauptet, dass die Partei am Sitz des Bundesschiedsrichters zu verklagen wäre. Also im Landgericht Bückeburg. Das wäre also dann ein Heimspiel gewesen und da hätte er sicherlich einen Befangenheitsantrag gefangen. Und insofern habe ich mich also auf das Spiel gerne eingelassen. Ich wusste, dass eine Partei immer an ihrem Sitz verklagt wird und habe mich dann an das Landgericht Krausruhe gewandt. Habe sie auch entscheiden lassen, ob sie zuständig sind. Und das Gericht hat gesagt, ja, wir sind zuständig, weil die Partei ihren Sitz in Krausruhe hat. Und da wurde das Verfahren eröffnet und die haben dann auch entschieden, dass ich ja richtig liege und haben die Partei auch ordentlich abgemahnt bezüglich der undemokratischen Vorgehensweise. Dieses Urteil ist der Parteipassist nie wirklich bekannt gegeben worden. Im Kassenbericht ist es auch nicht aufgetaucht. Keine Ahnung. Na gut, jedenfalls hatte ich an dem Tag jemand vorgeschickt, der eine Änderung der Tagesordnung beantragen sollte. Da hatte ja noch Rederecht, hätte das machen können. Also vorne hingetragen, hat den Antrag gemacht und die Tagesleitung hat dann entschieden, dass dieser Antrag zur Änderung der Tagesordnung nicht abgestimmt werden sollte. Und da kann ich eigentlich schon heimfahren mit dem Parteitag, denn Änderungen der Tagesordnung müssen immer abgestimmt werden. Das kann dadurch abgelehnen. Also wenn die Mitgliederversammlung sagt, nee, Tagesordnungsänderung, das Thema liegt uns nicht, also kommt ein Nein, ist es ja okay. Aber die Abstimmung muss erstmal passieren. Ja gut, das war der erste fatale Wahlfehler. Und dann ging das los, dass also dann dort die Kandidaten aufgestellt wurden. Da durften sie sich nur durch die Kandidaten vorstellen. Und der Bundesvorstand hat dann immer Vorschläge gemacht. Das ist ein guter Kandidat, das ist kein so ein guter Kandidat. Hat da so eine Vorauswahl getroffen, weil der Bundesvorstand meinte, er müsste den Leuten irgendwie reinreden. Das ist der zweite Wahlanfestungsgrund. Und dann ging das weiter, dass dann von vorne gesagt worden ist, naja, ihr müsst mal hier die Stimmzettel hochhalten, damit wir sehen, wie viel Wahlberechtigung soll sitzen. Das haben dann durch die Leute gemacht. Die Stimmzettel waren zu dem Zeitpunkt schon ausgefüllt. Also das heißt, die haben die ausgefüllten Stimmzettel hochgehalten, statt die Stimmkarte. Die Stimmkarte ist einfach nur eine Mitgliedsnummer. So. Und da konnte natürlich jeder im Umkreis von fünf, sechs Leuten, die dort rum sitzen, sehen, was die Leute abgestimmt haben. Und damit ist die Wahl ungültig. Hinterher wurde dann noch, ja, ein Protokoll ausgefertigt. Und ich hatte ja dort beim Protokollanten, das war ein Polizist, zur Niederschrift ins Protokoll, die Wahlanfestung bekannt gegeben. Die Wahlanfestungsgründe auch genannt. Und habe ihn auch auf das fehlende Schiedsgerichtsurteil verwiesen. Das hat er auch in das Protokoll reingeschrieben. Und am Ende hat man aber in das Wahlprotokoll reingeschrieben, dass es keine Einsprüche gegeben hatte. Ja, kann man ja machen. Dumm ist es dann nur, wenn das die Bundesgeschäftsstelle dann die Wahlanfeststellung entgegennimmt und den Eingangsstempel drauf macht. Und das Protokoll auch diese Einträge hat. Also da hängt man natürlich drinnen und kann dann auch nicht raus. So, das ging dann also als Wahlbeschwerde an den Bundeswahlleiter. Das ging als Wahlbeschwerde an das Bundeskriminalamt. Das ging an den Verfassungsschutz, an Chemnitz, zur Kripo an Staatsschutz, weil jede Abteilung hat ja bestimmte Aspekte, diese Wahlanfestungen zu behandeln. Und hier wurde also dem Rechtsstaat schweres Unrecht zugefügt. Also da gibt es im Strafgesetzbuch unter 7a und unter 7b ganz klare strafrechtliche Regelungen. Und eine uneigentliche Falschaussage ist schon mit einem halben Jahr bewährt. Und wenn man eine eidesstaatliche Versicherung fälscht, ist man mit zwei Jahren dabei. Ja, und da kann man auch kein öffentliches Amt begleiten. Und Beihilfe ist ähnlich schwerer Rechtsbruch, als wenn der Bundeswahlleiter von einer falschen eidesstaatlichen Erklärung erfährt und dieses nicht weiterverfolgt oder kontrolliert. Dann macht er sich strafbar und dann darf er auch im Folgejahr, also 2014, auch nicht den Vorsitz eines Bundeswahlausschusses führen. Also so eine Sache hat immer eine polizeiliche Ermittlung zur Folge. Und wenn die Polizei hier die Ermittlung nicht macht, weil politische Ziele in der Bundesrepublik wichtiger sind als eine ordentliche Wahl, dann kann man nicht davon ausgehen, dass 2014 eine gültige Oberwahl zustande gekommen ist. Ist einfach so. Also wer Wahlanfechtungen wegfängt und das hat er ja auch zugegeben in der Sitzung von 2004, dass er also hier bei einigen Parteien gab es da Wahlanfechtungen falsch eingereicht. Ihr könnt euch mal die zwei Videos angucken. Da muss man nicht mal drüber diskutieren. Aber im Jahre zuvor hätte es eigentlich auch schon Auseinandersetzungen geben müssen. Denn wenn Festgestellten das grob rechtswidrig Kandidatenaufstellung gegeben hat, dann kann man als Bundeswahlleiter das natürlich nicht durchgehen lassen und hätte entweder die neue Aufstellung verlangen müssen oder man hätte die Wahl eben absagen müssen, wenn die Ermittlungsarbeiten bei Krippel eben weit in den Wahlanfechtungszyklus reingeraten. Dann hätten alle eben nochmal aufstellen müssen. Ist ja kein Problem. Eine gültige Wahl ist einfach wichtiger, als wenn man dann Jahre später feststellt, dass ein Lissabon-Vertrag unter ungültigen Bedingungen zustande kommt. Dann hängen ja wirklich auch Milliarden dran. Da ist es ja nicht so, dass man dann mal noch vier Wochen die Wahl verschiebt, sondern da fallen im Prinzip die ganzen europäischen Verträge hin und runter. Das betrifft den EFSF und auch den ESM, der auf den Lissabon-Vertrag aufsetzt. Und auch die ganzen europäischen Mandate für irgendwelche Friedensmissionen in Anführungsstrichen fallen mit dem Lissabon-Vertrag hinten runter. Und dadurch ergänzen sich natürlich durch die Gläubiger der EZB entsprechende Haftungsansprüche. Und da würde ich sagen, dass auch die Sanktionen, die gegen Russland beschlossen worden sind, nicht auf einer demokratischen Grundlage entschieden sein können, weil ja die Kandidaten, die zur Oberwahl 2009 gewählt worden sind, diesen Entschlüsse hätten niemals fällen können. Es hätte neu gewählt werden müssen und alles, was bis dahin entschieden wurde, ist ungültig. Wenn man Wahlunterlagen fälscht, dann kann man nicht davon ausgehen, dass es eine nachdem dieses Landgericht da also positiv zu meinen Gunsten entschieden hatte, hätte also die ganze Kandidatenaufstellung nochmal von vorn passieren müssen. Und damit keiner hinterher sagen kann, ja die Wahl war vielleicht doch nicht so koscher, hat jemand irgendwie vom Wahlausschuss, was auch immer verfügt, dass die Partei im Nachgang die Wahlprotokolle manipuliert. Also man hat dann noch einmal eine Partei da eingeladen und hat einen sogenannten, das Protokoll der Wahl hin reingehängt und hat dann zur Versammlung gesagt, das wäre nur ein Entwurf gewesen, dieser Wahlhandlung. Ja, es kann nach der Abgabe, nach dem Abgabetermin des Originals keinen späteren Entwurf geben. Also da beweist man, dass man betrübt. Und wenn also das Datum deutlich später vom Abgabetatum das Original ist, kann es sich nicht um das originale Wahlprotokoll gehandelt haben. Das hätte jeder der, der an dem Saal da sitzen müssen, sofort merken müssen. Vor allen Dingen, weil ich einen Einspruch eingelegt hatte und der Bundesvorsitzende versucht hat, das also zu manipulieren und hat also auch am Ende das nicht korrigiert. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das in Absprache mit dem Bundeswahlleiter so gemacht worden ist, um Wahlunterlagen zum Europaparlament zu fälschen. Das ist eine ganz knallharte Geschichte. Da sind für alle bedeutlichen zwei Jahre Haft möglich. Ich kann zu diesen Dingen nicht schweigen. Ich will dazu nicht schweigen, weil wenn solches Unrecht in diesem Land möglich ist, dann muss was dagegen unternommen werden. Und wir brauchen uns da nicht wundern, wenn also Leute wie die bei der Legida oder Pegida gegen das Unrecht hier in dem Land dann mal aufstehen, dass sie da berechtigte Gründe haben, zu fordern, dass wir hier wirklich ein Rechtsstaat brauchen. Die wissen das anscheinend auch noch nicht, was hier 2009 gewesen ist. Keine Ahnung. Jedenfalls kann es nicht sein, dass hinterher Wahlprotokolle frisiert werden, um zu verbergen, dass es wirklich eine Wahlanfechtung gegeben hat. Ja, und dann machen wir erstmal Europawahl-Entschlussstrich und machen das Landtagswahl- und Bundestagswahl dann im nächsten Teil. Wir sehen uns nach zehn Minuten.